Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde hier bei Plants vs. Zombie Teil 2. Wir schauen uns das Ägypten Level 1.9 an und ich bin gespannt, was uns hier jetzt erwartet. Okay, wir haben da hinten einen Archäologen. Ich wollte eigentlich die extra Sonne jetzt nicht extra ausnutzen, aber ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir die mit drin haben. Dann nehmen wir Sonne rein. Äh, Verstärkung logischerweise nicht. Hier noch Werfer, noch ein bisschen Eis und den hier, das müsste eigentlich lang. Und dann starten wir hier in dieses Level und wenn die hier jetzt ausnahmsweise verstärkt ist, ja, ja, klar, oh, wie übertrieben. So, die hier macht auch gleich wieder 3. Ist ein bisschen schon extra stark, oder? Na. So, ich wollte die eigentlich umdrehen, dass sie nicht so rum sind, aber okay. Okay, hier einen rein. Dann hier davor einen anderen. Brains! Oh, da oben gibt es einen grünen. Den müssen wir natürlich unbedingt mitnehmen. Und auch den hier unten, der bekommt es natürlich auch dicke von uns. Sehr schön, danke schön. So, noch irgendwo einen hinsetzen. Hier vielleicht noch einen. Oh, jetzt kommt der Fackel, Schorsch. Müssen wir den irgendwie besonders behandeln? Oder was kann denn der? Ich glaube, wir würden den einfach mal da ein bisschen... So. Ich glaube, Feuer ist nie eine gute Idee. Wenn man den so weit vorne hat. Na, den wollte ich gar nicht. Ich wollte den hier. So, jetzt kommen wieder unsere freundlichen Kamele von nebenan. Ähm... Wie bearbeiten wir die? Oh, jawohl. Da unten kommt schon wieder ein grüner. Den ich unbedingt bearbeiten will. Und da ist Kamel. Da machen wir hier einmal die Komplettbearbeitung. So, hier einmal noch. Oh, wieso ist es jetzt schon so schnell? Wollte ich gar nicht. Mischt. Okay, ich glaube, den frieren wir erstmal ein. Ich bräuchte einen grünen. Ich bräuchte einen richtig grünen. Nein. Hier wird nichts angebrannt. Ja, ich glaub's ja. Okay. Der Fackel, der ist extrem eklig. Der verbrennt halt alles einfach einmal durch. Okay, aber bei der Reihe ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Ach. Ach, hätte ich's damit vielleicht schaffen können? Na, mischt. Ähm. Jetzt setzen wir hier noch einen rein. Okay. Okay, Schrott. Zwei hat's erwischt. Zwei Lanes. Ah, mei. Was soll's? Wir bekommen dafür eine neue Pflanze. Hier so ein Kaktus. Was wird der wohl können? Pflanze ihn auf einem Grab, um es zu entfernen. Okay. Also ein Grabentferner. Was weiß unser... Okay. Dafür gibt's nochmal fünf Punkte extra. Und wir haben ein paar Ränge gut gemacht. Gut, das war Level 1, 9. Ähm. Ich soll noch Tag 12 in Ägypten machen. Aber wir schauen jetzt mal weiter. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde wieder in Ägypten. Ich geh zurück auf die Karte. Sehr schön. Goldene Zeiten sind auch da. Passt. Gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.